Hier ist ein Verpflegungsabteil, da können sich die Retter Wärme verpflegen und alles mitnehmen, was sie brauchen. Wir haben 99% von diesen Sachen selber mitgenommen aus der Schweiz. Wir haben hier ein Support-Selt, das mein Team für den ganzen Unterhalt und die logistischen Belange verantwortlich ist. Wir haben gerade auch in meinem Bereich Telekom. Dort haben wir Telefon, Internet, Funk, alles was wir brauchen, um im Land und auch mit der Schweiz Kontakt zu haben. Ich führe euch noch zum Kern oder zum Hirn von unserem Camp. Das ist das Management-Selt. Hier ist unser Teamleader und das Management-Team. Sie führen den Einsatz in Abspruch mit Bern. Ein kleiner Blick in den abgesonderten Bereich. Hier sehen wir die Duschen und die Toiletten abgrenzt vom Wohnbereich. Wenn wir zum Himmel nehmen... Vielen Dank.